Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar schauen wir uns heute wieder einen Pre-Sale-Token an, der sich mittlerweile im ICO-Stage 2 befindet. Es handelt sich um New Eternal Live. Warum ich mich für dieses Projekt entschieden habe, wie viel ich auch investiert habe, weil da möchte ich ganz, ganz transparent mit euch umgehen. Und was das Projekt zu bieten hat, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen, Kanal abonnieren und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Gut, damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir fangen jetzt direkt an und zwar geht es um New Eternal Live. Website ist live, nicht so wie wir es letztes Mal bei Renegade hatten. Hier ist wirklich die Website alles fertig. Es gibt schon die ersten zwei Produkte, die live geschalten sind, die ich auch schon getestet habe. Kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen näher dazu. Und zwar, um was handelt sich bei New Eternal Live? Im Endeffekt ist es eine Layer-1-Blockchain, die momentan noch, sag ich mal, gebaut wird, also die ist noch nicht aktiv. Wird aber jetzt dann so nach und nach alles gelauncht. Wir blicken mal ganz kurz hier erstmal auf die Roadmap. Wie ist es momentan aufgebaut? Also Oktober war Start der Pre-ICO-Phase. Der erste Start des Marketing und Testnet-Devil-One ist online. Dann im November Publish L-Talk-App und das ist so das erste, wo ich auch getestet habe. Die L-Talk-App ist eine, sag ich mal, Messaging-App wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal Telegram, nur alles sehr dezentral. Und da können wir gleich mal ins White Paper reinlunzen. Gibt es einmal in Englisch, gibt es einmal in Deutsch, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und auch hier KYC-Zertifikat. Also alles schon mal sehr, sehr gut dargestellt. White Paper, sehr umfangreich auch. Die Grundidee von New Eternal Live ist die Erschaffung einer Parallelwelt unter Berücksichtigung der hundertprozentigen Anonymität und Dezentralität. Klingt schon mal gut. Deswegen auch die L-Talk-App. Wie gesagt, ich blende euch hier dann mal kurz einen Ausschnitt ein, wie die App zumindest aussieht. Beziehungsweise habe ich hier auch schon mal geschrieben. Man kann sogar damit telefonieren. Dauert immer nur ein bisschen, weil halt dann eben auf der Blockchain immer was, ein neuer Block entstehen muss und darüber dann das Telefonat läuft. Läuft aber alles momentan sehr flüssig. Also kann ich echt nur bestätigen, das Produkt läuft auf jeden Fall schon mal. Und die App auch sehr gut aufgebaut. Könnt ihr euch gerne mal reingucken. Link ist einerseits, packe ich das unten mal in die Videobeschreibung mit rein. Und andererseits könnt ihr natürlich auch auf der Website den Link, werde ich euch auch reinpacken natürlich, auch gerne mal vorbeischauen. App ist live, könnt ihr testen. Ja, was wird zukünftig da noch, sage ich mal, geboten worden? Oder was wird zukünftig da noch geboten? Also einerseits, wie gesagt, es gibt den Messenger-Dienst, der ist live. Es soll einen E-Mail-Dienst geben. Datentransfer sollte möglich sein. Die Multi-Chain-Wallet, auch schon live für iOS und auch für Android. Gibt auch eine APK, also auch das könnt ihr euch schon mal anschauen. Könnt ihr alles testen, gefällt mir sehr, sehr gut. Swapping soll irgendwann dann möglich sein. Auch hier blicken wir nochmal ganz kurz auf die Roadmap. Nochmal zurück. Im Dezember war Starting ICO Stage 1. Das war so der Ding, wo ich dann auch mit investiert worden bin. Wie viel, werde ich euch dann gleich alles noch zeigen. Publish White Paper. Also seht ihr, haben wir ja gerade durchgegangen oder zumindest schon mal einen Teil. Das ist live. Im Januar jetzt ICO Stage 2. Kommen wir auch gleich nochmal dabei, wo ihr jetzt die Token weiterhin kaufen könnt. L-Wallet, Multi-Chain-App gibt es auch schon. Alles schon gelauncht im Januar. Also hier wird sich wirklich an die Roadmap gehalten. Im März soll dann auch die Dex launchen, aber noch nicht mit der eigenen Blockchain. Ja, das ist erstmal so zu März und im Q2 Start Stage ICO Free und Launch Crypto Casino. Und da kommen wir jetzt wieder zum White Paper, was halt eben noch alles geboten werden soll zukünftig, wenn es dann alles läuft. Trading Bots soll es geben. Staking wird möglich sein. Liquidity Mining und generell Mining. Ich bin auch in der Telegram-App von ELT, also von Eternal Life drinnen. Da ist auch der Founder immer wieder aktiv und gibt da immer mal wieder News parat. Auch da soll, wie gesagt, bald Mining kommen. Aber das ist das Interessante auf CPU-Basis. Das heißt, es werden keine energiefressenden Miner sein. Das werden wir uns auch hier gerade nochmal auf der Website angucken. Wo haben wir es? Wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben. Wahrscheinlich habe ich es schon wieder überflogen. Wo haben wir es denn? Ah genau, hier Mining. Wird zwischen 8 und 18 Watt möglich sein. Also das heißt, es verbraucht sehr, sehr wenig Energie. Ist Proof of Work basiert, was ich auch ganz gut finde. Und halt eben sehr, sehr wenig Energie, was da verbraucht wird. Und es soll dann jetzt auch so nach und nach kommen. In dem Testnet kann man dann schon minen. Es wird zukünftig Möglichkeit geben, Mining-Geräte zu mieten im Endeffekt. Also auch gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel keinen Rechner oder sowas daheim hat. So wie ich. Ich habe ein neues Laptop, Macbook. Und es soll dann zukünftig auch möglich sein. Wird auch alles sehr, sehr offen kommuniziert. Also auch gerne, wie gesagt, in die Telegram-Gruppe reinjoinen. Multi-Chain-Wallet ist schon live. Dann natürlich Senden, Swapping, was wir schon drüber gesprochen haben. Trading-Bot wird es geben. Text-Manager funktioniert schon. Audio- und Video-Calls. Wie gesagt, Audio-Calls funktionieren schon. Ich glaube, Video-Calls noch nicht. Will ich jetzt aber nicht lügen. Habe ich zumindest nicht getestet. File-Transfer und E-Mail-Service wird es auch noch geben. Dann kommen wir jetzt noch so, was zukünftig geplant ist. Natürlich ist auch ein Multi-Wars geplant, was hier dann kommen soll. Einerseits Play-to-Earn, Casino. Was, glaube ich, auch in der Krypto-Community oder so generell auch ein bisschen nachgefragt ist. Wo sich aber, glaube ich, bis jetzt noch kaum jemand so richtig dran getraut hat. Es gibt immer wieder so Wettanbieter oder sowas. Aber Krypto-Online-Casino ist mal was komplett Neues. Nur Casino, wie gesagt, immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist cool, wenn man sowas einbauen kann. Und natürlich NFTs. Wir haben dann hier noch so die Token-Verteilung. ICO sind 2%, also 20 Millionen ELT. Team kriegt 25 Millionen ELT. Dann werden noch zurückgehalten für die Play-to-Earn-Rewards. Marketing 7%. Also sieht für mich alles sehr, sehr gut aus. Das war auch dann der Grund, warum ich noch mit eingestiegen bin. Beziehungsweise auch, weil halt eben schon was live ist. Ihr habt hier schon ein fertiges Produkt eben mit der Messaging-App, mit der Multi-Chain-Wallet. Was halt aktiv ist. Die Gruppe echt gut. Wie gesagt, es wird hier auf jede Frage eingegangen. Auch ich hatte schon durch Zwischending schon Kontakt mit ihm. Also alles wirklich top. Die Seite läuft flüssig. Wird auch immer wieder überarbeitet. Und ja, White Paper. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne durchlesen. Schicke ich euch auch natürlich alles unten noch in die Videobeschreibung rein. Es wird dann auch ab Stage 4, also es läuft ja jetzt erst ICO Stage 2, dann kommt ja 3, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ab 4 wird auch die Möglichkeit freigeschalten, dass hier Token zurückgekauft werden. Und was jetzt noch Wissenswertes ist zu dem Token auf jeden Fall, ist, dass kein Investing stattfindet. Für ICO 1, wo ich jetzt schon mit drin war, und ICO 2, was jetzt momentan läuft, findet kein Investing statt. Das heißt, sobald die Token dann im Endeffekt verkauft werden können, könnt ihr die dann auch verkaufen. Ganz, ganz wichtig, nur ICO Stage 1 und 2. Also momentan in der jetzigen Phase. Und die läuft, glaube ich, auch noch 85 Tage. Gehen wir aber auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Listing des Tokens wird natürlich auf der hauseigenen DEX dann auf jeden Fall erfolgen. Und PancakeSwap und Uniswap ist dann geplant. Metaverse, wie gesagt, wird gerade erst noch gebaut. Da ist natürlich noch nichts, sage ich mal so, fertig, weil halt auch die Blockchain noch nicht ganz fertig ist. Aber es ist wirklich hier eine Menge geplant. Da denkt man natürlich auch erst, boah, übernehmen die sich da nicht. Ich meine, ihr habt jetzt eine Messaging-App, die dezentral aufgebaut ist, die funktioniert. Ihr habt eine Multi-Chain-Wallet, die funktioniert. Dann wird Metaverse, dann kommt noch Casino und so. Das wird natürlich erfordert eine Menge. Also ich habe Respekt vor den Leuten, wenn die das wirklich komplett so aufbauen können. Bis jetzt halten die sich auch an ihren strikten Zeitplan. Was für mich überragend ist, beziehungsweise wo ich auch echt Respekt davor habe, dass das wirklich alles so bombel läuft bei denen. Bis jetzt wurde alles eingehalten. Es ist alles offen kommuniziert. Und wenn das alles wirklich so kommen soll, wie das da drin auch drin steht, Respekt. Also ganz ehrlich. Und ich meine so Dezentralität, Anonymität. Klar, du hast bei Telegram ein bisschen Dezentral. Im Endeffekt ist auch einer darüber, was es halt hier dann zukünftig ist. Es wird alles über die Blockchain laufen. Deswegen halt auch Miner-Ideen und sowas. Also mir gefällt das Projekt sehr, sehr gut. Könnt gerne mal reinschreiben, was ihr bis jetzt davon haltet. Also ich bin davon komplett überzeugt. Deswegen war auch der Grund, warum ich da mit investiert habe. Es gibt da noch die zweite Seite. Das ist die eternallivetoken.net, wo ihr da nochmal alles seht. Einerseits Pre-ICO-Phase gab es zu 10 US-Dollar-Cent. Stage 1 0,14 US-Dollar-Cent. Und jetzt die Stage 2 mit 0,16 US-Dollar-Cent. Dazu noch schon mal ein kleiner Hinweis für alle, die sich für das Projekt interessieren. Das heißt natürlich auch, es gibt zwar schon fertige Produkte. Trotzdem ist immer das Risiko dabei, dass das Projekt nicht gut wird. Beziehungsweise es gibt immer das Risiko von Totalverlust. Darauf will ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal darauf hinweisen. Es ist einfach so, man geht hier Risiko einfach ein. Ganz, ganz wichtig zu sagen. Deswegen momentan Stage 2 zu 0,16 US-Dollar-Cent. Die Stage 3 ist dann bei 0,20. Und ich glaube, gelauncht werden soll der Token dann bei 0,48 US-Dollar-Cent, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ihr hättet hier die Chance, sage ich mal, auf mindestens 3x, wenn das bis dahin natürlich alles flüssig läuft. Jetzt noch der Hinweis. Ihr kriegt mit dem Link, den ich euch unten reinpack, keine Sorge, es ist kein Ref-Link oder so. Ich kriege da auch nichts. Es ist möglich, dass ihr nochmal 10% Rabatt kriegt. Das heißt, ihr zahlt dann im Endeffekt nur 0,14, 2, 0,14, 4 US-Dollar-Cent pro Token. Das wird dann nachträglich, sobald ihr gekauft habt, nochmal um 10% aufgestockt. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Also danke geht nochmal raus an den Founder, der uns das ermöglicht, beziehungsweise für meine Community. Und ja, da seht ihr auch nochmal, wie das dann halt eben weiterlaufen soll. Stage 4 ist dann August bis Dezember und dann nochmal 0,25 Cent pro Token. Ja, Roadmap nochmal hier, so grob, was hier, sag ich mal, stattgefunden hat und natürlich Kontakt. Also gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und ja, wie kauft ihr jetzt das Ganze? Und zwar eigentlich relativ easy. Ihr werdet dann, wenn ihr, warte, wo, da, Buy Now, wenn ihr da draufklickt, werdet ihr weitergeleitet. Dort müsst ihr euch natürlich registrieren. Aber wichtig, wenn wir schon beim Thema Anonymität und Dezentralität seid, ihr müsst kein KYC machen. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst kein KYC, nichts hinterlegen, gar nichts. Ist auch recht easy und dann so ist die Seite im Endeffekt aufgebaut. Ihr habt hier oben Dashboard, Buy Token, eure Transaktionsübersicht, euer Profile. Könnt nochmal eure Token und natürlich, wenn ihr hier oben auf die Main-Seite klickt, werdet ihr wieder auf die Hauptseite wiederum umgeleitet. Ja, dann seht ihr, ich gehe jetzt hier offen damit um. 4.400 ELT habe ich momentan. Entspricht momentan, glaube ich, einen Wert von 704 steht da. Habe aber, glaube ich, damals 350 grob rein investiert. 350 oder 370 irgendwie so. Überlege aber nochmal aufzustocken. Also, ich will hier ganz transparent mit euch umgehen. Momentan, wie gesagt, ist das in meiner Wallet. Überlege aber hier auf möglicherweise sogar 6.000 bis 7.000 Token aufzustocken. Wie kauft ihr dann? Ihr habt echt viele Möglichkeiten hier zu kaufen. Ethereum würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, teuer zu versenden. Bitcoin, Litecoin, XRP, billige Transaktionsgebühr, Bitcoin Cash, BNB, USDT und TRX. Also, ihr habt hier echt viele Möglichkeiten zu kaufen. Ihr gebt dann einfach nur hier euren Betrag ein. Mal als Beispiel, wir geben jetzt hier 1.600, die ich jetzt noch kaufen will, aber in USDT ein. Das wären jetzt zum jetzigen Stand 256 USDT. Die sendet ihr darin. Natürlich müsst ihr noch die Netzwerkgebühren abziehen. Das heißt, wenn ihr hier für 256 kaufen wollt, einfach 257 senden, beziehungsweise minus die Netzwerkgebühr ist meistens 0,8 oder 1 USDT. Deswegen sage ich es einfach mal dazu. Klickt auf Make Payment, dann wird es hinterlegt. Dann kriegt ihr eure Wallet-Adresse, wo ihr das hinzuschicken habt. Könnt dann auch noch eure Wallet-Adresse, von welcher es geschickt wird, dazu eintragen. Und fertig. Dann geht es eigentlich relativ flott. Bei mir hat es, glaube ich, ich sage jetzt mal 10 Minuten, 15 Minuten gedauert. Und ja, geht eigentlich relativ flott. Und ja, momentan wurden erst 25.787 ELT gekauft. Jetzt in diesem ICO Stage 2. 3,5 Millionen wird es geben. Also ihr habt da noch ein bisschen Zeit. 85 Tage läuft eben diese Stage 2. Und wie gesagt, 10% kriegt ihr da nochmal Rabatt, beziehungsweise Bonus drauf. Gut. Das ist eigentlich so, jetzt erstmal so der erste Step zu New Eternal Life. Wenn ihr da noch mehr Einblicke wollt. Vielleicht auch, wenn ihr irgendwie noch mehr, sage ich mal, Inside-Infos wollt. Dass ich vielleicht mal einen Call mit dem Founder mache oder sowas. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Also wie gesagt, mich hat das Projekt echt überzeugt. Das ist, wie gesagt, da wird eine Menge geplant. Es ist schon was live. Es kann genutzt werden. Das gefällt mir halt. Oder im Gegensatz zu anderen Sachen, wo dann immer noch gebaut wird. Wo man halt noch Presale und sowas hat. Und es funktioniert noch nichts. Ist halt hier nicht der Fall. Es funktioniert die App. Es funkt die Multi-Chain-Wallet. Und was ich so gehört habe aus anderen Quellen. Da wird noch viel, viel mehr geboten. Oder wird noch viel, viel mehr dran gebaut. Wo ich aber auch noch keine näheren Infos bekommen habe. Wurde mir verwehrt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber könnte sehr, sehr starkes Projekt werden. Beziehungsweise ist es meines Erachtens nach schon. Und was da bis jetzt schon geleistet wurde. Oder noch geleistet wird. Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Deswegen, wie gesagt, das habe ich gekauft. Ist mir einfach wichtig, hier transparent zu sein. White Paper und alles. Werde ich euch alles unten reinschicken. Und ansonsten, gerne, wie gesagt, schreibt eure Kommentare. Schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr von dem Projekt haltet. Wenn ihr Fragen habt, gerne mir stellen. Ich leite es dann vielleicht. Was heißt vielleicht? Ich leite es weiter. Und ja, genau. Dann war es das von mir. Wir sehen uns dann, sage ich mal, zum nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen so gefallen. Wie gesagt, cooles Projekt. Wenn das alles dann so läuft. Beziehungsweise die Sachen, die schon laufen, sind top. Der Rest wird sich dann zeigen. Und ja, das war es von mir. Gerne Like da lassen. Abo da lassen. Und wir hören uns dann oder sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.